... dass sie das Mädchen ist, das ihm zur Frau bestimmen wurde. So etwas kommt sonst nur im Märchen vor, Majestät. Im richtigen Leben, oje. Da muss es ja schief gehen. Was sagst du da? Streng deine Augen mal an, du aufgeblasener Windbeutel. Was siehst du da? Kennst du sie? Nein, Majestät. Ich habe sie noch nie gesehen. Das spricht nur zu ihren Gunsten. Den Walzer. Schnell den Walzer. Die Licht. Licht. Das ist ja sie ist für ihr.